Als mein Vater darüber sprach, was wichtig ist, erschien mir ein Bild, das mich seitdem nicht mehr loslässt. Es ist ein Bild von zwei Frauen. Von einer, der ich wehgetan habe. Ich hab dich so sehr vermisst. Und der anderen, die ich enttäuscht habe. Und die ich nicht hätte enttäuschen dürfen. Mit der ich jetzt zusammen wäre, wäre ich damals klüger gewesen. Leicht zu sagen, dass diese Dinge unwichtig sind, weil sie vorbei sind. Aber sie sind wichtig. Tatsächlich sind, was sie ist. Du hast immer gesagt, wir seien World Champions. Wir müssen glücklich sein. Tief im Inneren bin ich ernst. Gut, dass ich diese Seite nie kennengelernt habe. Und jede Straßenecke erinnert mich an sie. Dann ist das die aus dem Buch. Glaub nie, was Schriftsteller dir erzählen. Ich konnte sehen, heute in dem Haus, dass du nicht nur in deinen Büchern träumst, sondern du träumst auch in deinem Leben, aber du kannst nicht vor mir träumen. Es gibt nur zwei Dinge, die wichtig sind im Leben. Das eine, das du getan hast und das du bereust. Und dann ist da das, das du nicht getan hast, aber hättest tun sollen. Aber dafür ist es zu spät. Wie hast du mich gefunden?